Laut hatte seine Türen wieder offen am Pornmarkt für Jugendliche. Eine Gruppe, die sich nicht kannte, hat sich am verdammtenen Freitag getroffen und das Kreter Barcamp steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende findet der Kreter Barcamp statt ab 10 Uhr im Haus des Spiels Anmeldung für alle KreterInnen im Bereich Gaming. In allen möglichen Bereichen, die irgendwas mit sozialen Medien zu tun haben, sind herzlich eingeladen. Jeder und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich dabei sind und es ist eine schöne Veranstaltung. Viele neue Gesichter wird man auch kennenlernen und ich bin mal gespannt. So und ja, Anmeldung natürlich in der Videobeschreibung und dann geht echt weiter zu News Nummer 2. Laut Open Air fand er wieder am 23.6. oder auf dem Pornmarkt Nürnberg. Wir haben hier unsere Laut Open Air am Kornmarkt. Das ist wie ein Sommerfest, eine Jugendversammlung. Eine stadtweite Jugendversammlung für Nürnberger Jugendliche und junge Erwachsene. Hier gibt es verschiedene Stände, da gibt es einfach Sachen zum Mitmachen. Einmal Poet Café, wo die Stadträtinnen aus Nürnberg da sind, um mit den Jugendlichen über ihre Anliegen und Ideen zu sprechen. Dann gibt es eine Mittwochaktion eben beim Quartiste Ruralstadt. Da kann man anlegen und Ideen loswerden, wie man die Altstadt noch verschönern kann, was fehlt hier noch. Auch das klassische grüne Sofa von Laut war vor Ort. Da gab es Fragen, die beantwortet werden und auch den Channel von Laut hochgeladen werden. Es waren viele Jugendliche vor Ort, auch wenn die Temperaturen ein wenig zu heiß waren. Erfrischende Tränke wurden gesorgt. So was machen wir bei Laut öfter, zum Beispiel am 1. Dezember dieses Jahr beim Lautforum Live. Also seid da auf jeden Fall mit dabei. Eine kleine Gruppe, die sich kaum kannten, trafen sich am Freitag, den 24.06. auf dem Kornmarkt, um kleine Quest-Aufdaben zu machen. Ob Parcours mit dem Mario Kart Auto oder das Abschießen von Dosen mit Pokémon Bälle. Auch das Mathe-Experte warnt, der fragt schnell zu sein. Er wurde gut von den Passanten innen aufgenommen. Am Ende kam aber ein starker Redenschauer, der zum Abbau aufrief. Pikachu! Eine kleine Gruppe, die sich... So... Heute ist ja ein Durcheinander. Sorry an euch. So, aber das waren die nächste Woche 26. Wir sehen uns in einer Woche wieder mit dem Thema Trader Barcamp, die Ergebnisse, die da gekommen sind und bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns, bis dahin, schönen Tag, ciao.